In der Haute-Couture-Klasse, die wir hier durchführen, bedeutet eine Körperformen-OP eine besondere Aufmerksamkeit. Die wird über mehrere Stunden natürlich dauern, aber die rote Linie zeigt, welche Figur am Ende entstehen soll. Dazu gehören natürlich viele Behandlungen der Reiterhosen, der seitlichen Flanken, der Rückenlinie, auch der Po-Region. Ich denke, das werden wir in einer Art und Weise schön durchführen können.